Wir haben heute einen berühmten Rapper zu uns, zu Gast, der ebenfalls der Lokal-Passion und ebenfalls Lieder über die schöne Stadt und ihre Eigenheiten gemacht hat. Grüße mit uns, den Turmwächter! Auf meinem Turm, da bin ich zuhause, geh' bei Tag und Nacht immer ein und aus, 90 Stufen wie Danuna, im Winter wie im Sommer. Kommt ihr mich besuche und ich mich drüber freue. Eine frohe gute Stelle wird, dass ich ja nicht bereue. Die neugierfunde Leute macht mich so richtig froh, denn um frohen zu machen, Gott, das bin ich ja dumm. Ich zeig' euch Ewa Bach von Tobbe! 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 Der Rundblick von Tobbe ist eine riesige Wucht, ich muss immer wieder gucken, es ist wie ihr es sucht. Drümmen die Burg, drunnen die Stadt, ringsherum die Berge, man guckt sich nicht satt. Ewa Bach von Trümmer spacht dazwischen die Brücke, vom Scheuerberg zum Gitterberg, da schweift mein Blick. Der neugierfunde da, als er schöne Biegung fließt, bevor er sich mein Mann im Inderei ergießt. Oh! Ich zeig' euch Ewa Bach von Tobbe! 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 Er steht in den Turm und schaut dort in die Ferne, der Wächter und der Falke, die machen so was gern, ja. Er zeigt uns Eberbach von... Eberbach von oben! Eberbach von oben! Ah, sorry, wirklich! Eberbach von oben! Eberbach! Eberbach von oben! Eberbach! Eberbach von oben! Eberbach! Eberbach von oben! Eberbach von oben! Eberbach von oben! Eberbach von oben! Eberbach! 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 Eberbach von oben! 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 Ewa Bachelore Ich bin verrückt nach Hebabach und Abba, Hebabach und Abba, Hebabach und Abba, Hebabach und Abba. Ja, der Rechte ist der Tatsache und das ist auch richtig so und dass er diese Bühnung macht, das sind wir richtig gut. Steht oben auf dem Turm und guckt dort in die Fernseher, ja der Rechte und der Weide, die machen das so gern, ja. Hebabach, Hebabach, Hebabach. Hebabach, 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 Hebabach und Abba, Hebabach und Abba, Hebabach. Dankeschön. 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 Und dafür, dass wir jetzt die Kamera eh mal die U-Kammer, so 3,30 Minuten, war das gar nicht so schlecht. Ja. Ist ausbaufähig, aber gar nicht so schlecht. Dankeschön, dass wir das erst über den Vorgestanden U-Kammer sind. Ja. Ja. welche yehla? Ja. Da sind 8 daddy. Wow, Momentisch. Ja. Vielen Dank.